Kühe Fahrt entlang des Rot-Sol-Baches Fahrt entlang des Rot-Sol-Baches Abzweigung von der Schotterstraße Der wunderschöne obere Teil des Sumpfgrabens Abzweigung von der Schotterstraße Wir verlassen den Sumpfgraben und fahren hinauf zur Fladenalm Lappenwald Lappenwald Pfeil 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 Blick auf die Aflenzer Staritzen Abzweigung zur Kyriacher Alm Kuppe vor der 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 Kyriacher Alm Untertitelung des ZDF, 2020 Scharfe Linkskurve in den wunderschönen Kreitgraben Scharfe Linkskurve in den wunderschönen Kreitgraben Abhilfe aus dem Kreitgraben. Wir umfahren den Schottenkugel. Es geht Richtung Thurnauer Alm. Blick auf die Veitsch Der Weg von der Göriacher Alm Die schön gelegene Thurnauer Alm Die schön gelegene Thurnauer Alm Vielen Dank. Hinter der Kuppe liegt der Turntaler bzw. Turnauerkuppel. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Rotzolalm Die Rotzolalm Die Trinkwasserbrunnen Entlang der Wasserscheide Rabenstein Die Rotzolalm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Blick auf den Wildkamm Untertitelung des ZDF, 2020 Downhill nach Aschbach